Der Tag im Halterweg, der rotige Waldkabel aufs Haus bei Labor Hatte eigentlich niemals ein Gehaumsehleck Ansteckte seine Tür und davor Was ich hinter den Türen habe gesehen Der Hausmann ist geduld Der Schuh wird ihm sicher die Fahrt verdrehen Doch das ist nicht meine Schuld Sie kennen doch sicher von dem Schwein Mit dem heißen Gesicht Der Schuh wird viel im Doppelgaziv der Überein Der Traum hätte man am Herbst noch nicht Und bevor jemand trifft und die Unfalle legt Hab ich dich schon vielleicht geglaubt Und das Ganze soll es am Kerl entsteht Da haben wir in meinen Worten sein gebracht Na Jungs? Seht ihr, was hier los ist? So viele Gäste Aber wieso ist er nicht beschriftet? Wo ist diejenige Kikiro? Wer war der Spender? Hatte der Spender perverse Neigung? Die sind ja überhaupt nichts Jonas! Wo ist die Kopfhäber von Juhnke? Hier, weißt du Meine Batterie ist alle Na, was soll das noch? Na, aber das gehen wir gleich wieder hin Sag mal, was ist denn das? Die hat sich ausgelöst! Übrigens Das ist der liebe Jonas Das ist mein erster selbst geschaffter Prototyp eines Menschen Ist der nicht süß der kleine Ist der nicht süß der kleine Ist der nicht süß der kleine Ist ja gut Aber nun geht mal zu deinem Bruder Und holt mal euren neuen Spielkameraden Ja? Aber nun wieder zurückzuarbeiten Ja, nach 30 Jahren im Kirchenkaffee beim Strahlenschutz Tja, musste ich jetzt umschulen Und nun bin ich Dozent für Pathologie an der Uni So, es ist richtig alles fertig aufgeschrieben Ja, das ist mein neues, frisches Arbeitsobjekt Ja, das ist mein neues, frisches Arbeitsobjekt Den habe ich heute morgen von der Autobahn A20 gekratzt Den habe ich heute morgen von der Autobahn A20 gekratzt Bevor der Erdungsdienst da war Ja, und ihr als Erstsemester Sollt jetzt erst mal kennenlernen, wie das ist hier Mit so einem Teil umzugehen So, liebe Erstsemester, dann kommt mal wieder auf die Bühne So, liebe Erstsemester, dann kommt mal wieder auf die Bühne Das ist ein Dalli-Dalli So, geht's gut? Ja? Habt ihr euch das auch genau überregt für mich studieren, ja? Ja Der lebt ja noch Die Leiche lebt So, dann wollen wir mal beginnen, ne? Also, ihr müsst auf zwei Sachen ganz besonderes achten ES-Penns Den Egel-Reppen Wollt ihr wirklich nochmal sagen? Ja Ja, also, pass mal drauf Bis zum ersten Mal Jo, zwar Ich spreche dir nochmal rein, ne? Hhhhhhh! Hhhhhhhhhh! Jaaaaahhhhhhh! Jetzt kommt der ganze Kunde. Wo ist der Kunde? Der zogt ja noch. Na, ein Mal. Ja, fast ein bisschen Überwindung. Und zweitens, müsst ihr alles immer ganz genau beobachten. Denn wenn ihr auch nicht aufgepasst hättet, ihr habt den Zeigefinger reingesteckt und den Mittelfinger abgeleckt. Erinnert uns hier. Das ist doch jemand. Erinnert uns hier mal... Mann, Mann, Mann. Nur von der Erzwerge, das war hier. Aaaaaaaaaaaaah! Aaahhhhhh! Wenn Zeit, in der Gegend, auf uns wieder schlug Ich steigte die Brüderung, das ist jetzt hier rum Denn ich bin nicht in meiner Brüderung, langsam Auf ne Menschenmasturzum Auf ne Menschenmasturzum So, Jungs, wir machen jetzt ein sauberer Euren-Mapier, ein ganzes Mess Und auch Dr. Frank Schmein und seine Gruppe haben einen Dremd aus Grey! Geil! 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 Geil!